Was wissen Sie über den Fall? Ich kenne den Mörder. Daraus ergeben sich eine Reihe von Fragen. Wieso? Die Bullen kennen ihn auch. Die haben ihn geschnappt. Und? Und wieder laufen lassen. Warum? Tja, also, das sollen Sie rausfinden. Irgendwo zwischen Verführung und Mord. Ich weiß, wo wir suchen müssen. Und wonach. Warum sagt sie dir nicht, wie der Mörder ist? Sie hat Angst, das ist doch wohl verständlich. Zwischen Leidenschaft und Schuld. Sie hat Recht, verzweifelt zu sein. Es ist überhaupt nicht bewiesen, dass er den Mord begangen hat. Hör zu, Angela, ich muss wissen, was du damit zu tun hast. Ich weiß es nicht. Benügt es nicht, dass ein unschuldiger lebenslänglich im Gefängnis sitzt? Hinter einem Netz von Lügen. Die Frau, die diesen Unsinn erzählt, ist eine stadtbekannter Nutte. Du hältst dich für was Besseres, oder nicht? Verbirgt sich eine schreckliche Wahrheit. Ich will nicht sein Leben ruinieren. Dieser Kerl hat Beweise verschwinden lassen. Ich mach ihn fertig. Jerry wohnt nicht mehr hier. Welchen Jerry meinst du? Na, den, der Dr. Daniels umgelegt hat. Das ist die berühmte Nadel im Heuhaufen. Dieser Fall wird eine Menge Staub aufwirbeln. Sie sind der Einzige, der ihr helfen kann. Ich liebe dich, Angela. Diese Stadt ist verrottet. Mann, sie haben keine Ahnung. Glaub mir, du machst den größten Fehler deines Lebens. Ist es das weh? Du hast niemals was mit Hegarty gehabt, nur in deiner schmutzigen, verkommenen Fantasie. Die Frau hat genug durchgemacht. Und ich werde nicht zulassen, dass sie weiter von euch belästigt wird. Hilf mir! Everybody wince. Her markets er erklimen Sie Nummer. their Popolozet. Die converts an Buff! Musik. Machoma nut. paying. direk. Musik. udi Dad.